hallo leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ja heute geht es um das thema wie kriege ich es hin dass ich bei youtube wieder dislikes angezeigt bekomme und zwar ist es jetzt ja seit geraumer zeit so dass ja bei youtube mittlerweile die likes entfernt worden sind beziehungsweise die dislikes entfernt worden sind und ich zeige euch heute eine möglichkeit wie ihr die likes wieder zurück bekommt dazu geht ihr einfach in dem browser eurer wahl ich nehme jetzt hier firefox das ganze geht aber auch mit google chrome beziehungsweise jeden anderen browser die meisten anderen die basieren ja so oder so auf google opera wie weil die und wie die alle heißen beziehungsweise auch microsoft edge mittlerweile und dann gibt ihr einfach hier oben ein youtube youtube dislike button ja hinzufügen und oder beziehungsweise youtube dislike button addon und dann findet ihr return youtube dislike kriegt ja für chrome aber auch für firefox so gibt halt noch firefox ein und dann habt ihr hier aber das addon für firefox und hier einmal das addon für chrome ist aber genau dasselbe addon ich füge es jetzt einfach mal bei firefox hier hinzu klappt genauso wie bei auch google chrome ich bin jetzt mal bei beiden erst mal auf youtube und ja wir sehen jetzt hier dasselbe video ich mache jetzt einfach mal hier das video von mr6 an auf beiden und wie ihr seht im firefox habe ich den dislike jetzt hinzugefügt und chrome habe ich diese dislike erweiterung nicht hinzugefügt und wie ihr seht ja jetzt habt ihr quasi die die möglichkeit dislike zu sehen hier ohne erweiterung und hier mit erweiterung das heißt ihr seht wieder die dislikes ja das ganze klappt auf jeden fall nur am pc oder vielleicht am handy ich weiß nicht im firefox oder in irgendeinem anderen mobilen browser der halt irgendwie addons unterstützt beziehungsweise der halt genau dieses dislike addon unterstützt oder vielleicht irgendein anderes addon was die dislikes entsprechend wiederherstellen tut ja das ganze war es jetzt auch schon wie ein video ich hoffe das video hat euch gefallen ja wenn ihr weiterhin auf diesen kanal nichts verpassen wollt könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren ich bin mit raus ciao leute ja 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 ja